Kapitel 2 Ja, das ist ein sehr langes Kapitel 2. Kapitel 2 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 3 Kapitel 4 The big cheese. Ein Hühnchen. Goldenes Hühneri. Oh, eine Granate. Hallöchen. Was? Gut, den haben wir mal. Uh, mehr Geld, mehr Geld. Gut, hier sind wir fertig. Der Typ ist ja auch da. Ne, von mir aus. Ha, ha. Ein Rubin. Das Geld kommt. Sicher nicht. Ja, genauer. Alter, willst du mich verarschen? Das gibt's ja nicht. Na toll, das stellt ja genau gar nicht her. Naja, egal. Das war nicht ganz mein Plan. Aber was soll man machen? Nein, ging nicht besser. Ganz entspannt hier durchrennen. Die Leute einfach ignorieren. Local people. Ähm, ist da gerade einer explodiert? Ja. Lass mich in Ruhe. Ja. Ja. Da oben liegt was. Hier ist ja die schöne Schreibmaschine. Nehmen wir die mal mit. Inhalt wird gespeichert. Bitte warten. Ich hätte gern irgendwie Hellkräuter und so. Das wäre ganz, 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 ganz toll. Ah ja, leck mich am Arsch. Das gibt's denn so was. Antheft. Nicht werfen. Toll, jetzt kann ich meine ganze Mmunition hier verschwenden. Nur weil die nicht sterben wollen. Toll, leer, mhm. Ich hab keine Zeit für euch. Yay, ein grünes Grab. Immerhin ein grünes Grab. Ich dachte eigentlich, dass ich hier durchkomme. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich da runter? Oh. Überhaupt nicht übertrieben. Weil jetzt, wo wir da schon alle umgebracht haben, könnten wir eigentlich noch durchschauen. Ja, die kriegt's wieder nicht weg. Dann durchsuchen wir noch das Häuschen. Zwecks Munition und so Zeug. Ich brauch nicht unbedingt Geld. Geld ist eher so optional. Ja, Munition, das ist super. Das war alles nicht geplant. Toll, ein Spinel. Dann schauen wir uns halt da noch in Ruhe um. Leichen. Leichen wurden hier einfach liegen gelassen und verströmen. Ein ausgeprägter Geruch. So nennt man das also. Ein ausgeprägter Geruch. Ich würde das zwar anders nennen, aber okay. Hier stinkt es entsetzlich. Ich muss unbedingt hier raus. Ich will da rauf. Hä? Ich muss doch irgendwie da rauf gehen. Ah ja. So, ein Spinel. Und ich glaube, jetzt habe ich alles. Ich glaube, jetzt gibt's hier nichts. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen, aber ja. Was soll's? Da hätte man einfach durchlaufen können. Wusste es nicht. Normalerweise rennt man hier vor so einer Kugel davon. Zumindest mit Leon. Äh, da kommt einfach so durch. Zum Glück. Ah ja. Hier stehen ja auch die Standardgegner. Mäh. Hin und wieder treffe ich auch sehr präzise. Ich würde mich trotzdem gerne heilen. Einfach zur Sicherheit. Oh, ein rotes Graut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wart. Das ist der Typ, der im Häuschen drin ist. Ah, ein Spinel. Und was haben wir hier im Vogelnest? Wo ist es denn? Ähm, hallo? Wo ist es aufs Vogelnest? Ist doch ein Vogelnest. Ah, hier. Okay, wir haben hier alles. Lässt sich nicht öffnen. Die Tür ist verschlossen. Dieser Mann sollte gleich da drüben sein. Mhm. Das heißt, wir müssen vermutlich hier rein. Okay, hier kommen wir nicht durch. Okay. Da muss noch wo jemand sein. Wie viele Gegner sind denn bitte in diesen kleinen Häuschen? Das gibt's doch nicht. Oh. Oh. Dreck Luis davon. Und Leon. Nein, du bist zu spät. Und wir wissen, wo wir hin müssen. Kommen wir jetzt in das Häuschen? Tatsächlich. Lohnt sich das? Bin mir nicht ganz sicher. Das war mal effizient. Oh, sehr schön. Sturmgewehr-Munition ist immer gut. Und wir können speichern. Ich speicher gerne in Spielen. mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Äh, ist hier sonst irgendwo etwas? Ah, eine Brandgranate. Wir nehmen die Brandgranate mit. Er droppt nix. Das ist schade. Okay, ich denke, das hat sich hier gelohnt. Ähm, hallo? Boah, ist das Spiel auf einmal hängen geblieben. Würde ja nicht wundern, wenn das Spiel irgendwann mal crasht. Ich habe ja das Hauptspiel jetzt durch aufgenommen und am Schluss, nach dem, man sieht es in der letzten Folge, kommt der Ladebildschirm-Ladevorgang und dann ist das Spiel einfach gecrasht. Ich mag die Typen mit den Dynamitstangen, die gehen immer so schön weg. Ja, natürlich. Die lassen wir jetzt einfach mal aus. Seh ich hier, kleinen Arschbacken. Das ist mir die Frage, wo muss ich hin? Ähm. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Was sagt die Karte? Ah, ich muss einfach wieder den ganzen Weg zurück. Moment mal. Nachdem wir gefangen wurden. Stimmt, man muss dann dorthin. Okay, die Richtung stimmt also. Okay. Na dann. Natürlich. Ich will auf die Karte. Muss mich nur kurz orientieren. Genau, also den linken Weg nehmen. Perfekt. Ah, da ist ja der mit Lyons Jacke. Du bist mir wurscht. Lass mich durch. Einmal umlaufen und durch, 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 durch. Ich will nicht kämpfen. Du bist mir... Na, komm schon. Du bist mir wurscht. Lass die Jacke, Jacke sein. Ah, das war jetzt wieder unnötig. Leon hat sich in der Zwischenzeit befreit. Das ging aber schnell. Noch ein rotes Kraut. Nimm Leon die ganzen Sachen weg. Ich kann es nicht mehr schütteln. Ich kann es nicht mehr schütteln. Ich kann es nicht mehr schütteln. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood. That's okay. Okay. Ich bin der Fall. Wir wurden eingeschläfert. Und jetzt sollen wir wohl geopfert werden. Einfach mal so ein kleines Opfer für die Los Illuminados. Oh, Quick Time Event, ich sehe es kommen. Au. Ein Auge, ein grünes Katzenauge. Wie oft ich mich verdrück unabsichtlich. Komm, sterb's alle. Das ist nicht gut. Weniger Schuss, das hat sich gelohnt. Danke. Hat sich auch gelohnt. Haben wir Plus gemacht. Grünes Graut, ja wir können kombinieren. Ja, wir können sogar zwei kombinieren. Wo muss ich überhaupt hin? Muss ich nach unten oder nach oben? Was, kein Händler? Freche. Wir können speichern. Denn die Folge ist zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao.